und damit halli hallo und herzlich willkommen hier auf öPNV simulation ich bin's der bio begrüße euch ganz herzlich und freue mich dass ihr einschaltet zu einer weiteren öPNV news ich kriege vielleicht ein bisschen müde liegt daran weil wir jetzt hier schon 22 stunden am live stream sind hier auf twitch unsere 24 stunden stream den wir ja hier gerade am laufen haben deswegen kann es vielleicht sein dass ich mich ein bisschen müde anhöre oder vielleicht ein bisschen nöle ja nippt mir das bitte nicht persönlich oder ernst ich hoffe mal dass es ab nächste woche dann wieder ganz normal vonstatten geht wir haben viel um sie von daher würde ich sagen wir liegen direkt los und dabei kommen wir auch direkt zum ersten großen von um sie zwei nämlich das erste update für düsseldorf ist erschienen in der version 1.1 wir haben ein erstes großes update in den letzten tagen vorbereitet was wesentliche änderung bei der karte beinhaltet beim bus kommt im zweiten großen update die wesentliche änderung hier war es uns nun wichtig dass die ansagen sich auch bei mehreren turn wieder automatisch weiter schalten das update erscheint in kürze ein zweites großes update wo eure wünsche und korrekturen beim bus umgesetzt werden folgt dann noch in den kommenden tagen in der version 1.1 wurde hier unter anderem an der map gearbeitet wie hier zum beispiel in der herzogstraße nur mit korrigierten linien nummern auf dem fahrgast informationsanzeigen steht bei den stadtbahnen von nun an immer ein u vor der linien nummer 835 kurzläufer nach holthausen fahrgäste sollten nun nicht mehr bis zum terminus fahren sondern steigen an der enthaltestelle aus fußgänger blockieren nun in wuppertal vohwinkel nicht mehr die kreuzung und an düsseldorf reißholz sollten sie auch nicht mehr die kreuzung blockieren die vorfahrträgen zwischen belsenplatz und die jugendherberge wurde erneuert abbeschaltung zwischen kniebrücke bildbahnhof alle grünphasen deutlich verlängert krone event sperrung münschner straße hinzugefügt krone event verkaufsoffener sonntag hinzugefügt die rhein kniebrücke haltestelle hat nun eine deutliche leichte einfahrt ausbaut der strecke nach nikolaus kopp knopp platz für zukünftige bus in m2 und kurs montag bis freitag vier auf der m3 ist nun nicht mehr samstags und sonntags befahrbar und die a46 hilfsweiler in richtung desseldorf wohn hier auch geändert unter anderem gibt es aber auch noch kleine updates hier für den bus und zwar inis schaltet nun auch nach mehreren umläufen wie gewohnt weiter solaris logo wird beim start der elektronik oder elektrik im dashboard angezeigt zweite tür öffnet nun korrekt bis zum ende der laufschiene das alles und noch mehr hier in dem update packe ich euch unten in die videobeschreibung mit rein könnt ihr euch dementsprechend gerne mal durchlesen wir bleiben aber bei boyen gladbeck und hier heißt es die m2 kommt im sommer 2020 ein wirkliches highlight für die die aus düsseldorf kommen denn die buslinie verbindet viele große hotspots im nord von düsseldorf und echte großstadt fans kommen aufgrund der riesigen kreuzung und straßen verloren verläufe voll auf ihre kosten und wenn ich richtig gesehen habe kommen sogar fans von borussia düsseldorf tischtennis hier voll auf ihre kosten ihr düsseldorf team also hier erwartet uns dieses jahr noch ein weiterer mini dlc so wie was ja natürlich in der anspiel ja im anspiel live schon gezeigt hatten die linie m2 kommt dann noch dieses jahr 2020 eine weitere karte mit dem namen bonningen 2020 gibt jetzt hier auch ein kleines update demnächst erscheint ein umfangreiches update für den landkreis bonningen das update enthält folgende änderungen neues linienkonzept verlängerung der linie 900 zusammenfassung 902 und ringlinie neue fahrpläne verbesserung der performance neue straßentexturen sie sind jetzt nicht mehr so dunkel komplett neue straßengestaltung und viele bereiche wurden auch noch mal überarbeitet hier auf der karte bonningen könnt ihr gerne mal vorbeischauen die karte sah gar nicht mal so schlecht aus und ein weiteres addon wollen wir hier noch ankündigen und zwar ja das addon duisburg auch in schweren corona zeiten arbeiten wir weiter im home office an projekt duisburg wie ihr ja leider wisst hatten wir ein technisches problem und müssen neu anfangen viele haben sich gefragt warum wir kein backup nehmen wir wollen gelerntes neu anwenden und nochmal neu machen um die map im thema performance zu verbessern hier ein update aus dem bereich mann ist mann tor wie immer work in progress fehler wurden noch oder werden noch verbessert beste grüße dein team von projekt duisburg hier wurde die haltestellen werbung noch mal erneut umgestaltung viele haltestellen viele weitere kleine veränderungen und weitere bilder und nähere information folgen demnächst sobald wir hier mehr wissen werden wir euch das ganze natürlich zukommen lassen und wenn das ganze hier in den pnv news ja natürlich mitteilen und da sind wir tatsächlich auch schon am ende angekommen es gab nichts zu berichten über lotus es gab auch nicht zu berichten für den trend simulator klar es kommt jetzt der ein oder andere dnc jetzt unter anderem natürlich jetzt für trains im world kommt die neue deutsche bahn ja die können die könnt ihr natürlich angucken hatten wir aber auch schon letztes mal der busmechanics simulator der kommt jetzt im nächsten monat hatten wir jetzt auch schon im letzten news lotus ist total ruhig da gibt es aktuell gar nichts und auch natürlich auf die vielen fragen wie es mit der c2 stadtbusfamilie weitergeht auch hier gibt es keine weiteren neuen informationen natürlich sind wir sobald wir da irgendwie was wissen was erhaschen sind wir natürlich dabei und packen das natürlich sofort in den news mit rein damit ihr immer up to date zeit und damit endet natürlich dann auch schon wieder die pnv news wenn es wieder mehr gibt denn wird die folge auch deutlich länger verspreche ich euch und ja ich werde jetzt mich wieder an meinem 24 stunden live stream ansetzen bedanke mich natürlich dass ihr dabei wart und ja hoffentlich sehen wir uns nächsten sonntag hier zu den pnv news wieder damit wünsche ich euch noch ein schönes rest wochenende ich verabschiede mich hier bedanke mich ich sage tschüss und bis zum nächsten mal